Ein leerlaufendes Lager gefährdet Sie als Online-Händlerin in vielfältiger Weise. Sie erstellen zwar aus Ihren Erfahrungen und komplizierten Berechnungen immer eine Absatzprognose. Aber Sie kennen es doch auch. Manchmal hat man zu wenig bei Amazon eingelagert und muss sich über eine Preiserhöhung vor einem Stockout retten. Oder man hat zu viel eingelagert und muss die hohen Lagerkosten tragen. Unnötige Mehrkosten. Ärgerlich. Hätten Sie gern eine einfache, automatisierte Lösung für Ihre Prognosen? Dann lassen Sie sich von Addi helfen, Ihrem Partner für die smarte Absatzprognose. Sein AdOne E-Commerce-Tool hat eine powervolle künstliche Intelligenz, die alle Daten auswertet und auf Knopfdruck eine sehr genaue Absatzprognose für Sie errechnet. Über die API-Schnittstelle findet AdOne E-Commerce alle relevanten Daten. Zum Arbeiten melden Sie sich einfach über Ihren Browser an. In Ihrem Dashboard bekommen Sie direkt das Wichtigste angezeigt. Zum Beispiel, welche Produkte die Buybox verloren haben oder bei welchen die FBA-Reichweite zu gering ist. Sie können auch die komfortablen Filterfunktionen nutzen. Und natürlich das Beste. Mit wenigen Klicks berechnet AdOne für Sie Ihre Absatzprognose. Und die kennt nicht nur den Absatztrend und saisonale Schwankungen. Auch frühere Preise und Daten zur Buybox, Aktionen und Bewertungen werden in der E-Commerce-Lösung berücksichtigt. So bekommen Sie eine viel genauere Prognose, als das mit Excel überhaupt möglich ist. Sie können sogar simulieren, wie sich eine zukünftige Preisänderung auf den Absatz auswirkt. Vertrauen Sie auf Addi von Inform und sein Tool AdOne E-Commerce. Wenn Sie mit AdOne E-Commerce starten, können Sie sich schon am nächsten Tag Ihre Prognosen anschauen. Dabei wird AdOne E-Commerce günstig nach Aufwand im Abo-Modell abgerechnet. Oder nutzen Sie unsere kostenlose 14-Tage-Testphase und erstellen Ihre ersten Prognosen gratis. Interessiert? Dann gehen Sie auf unsere Webseite und füllen kurz das Kontaktformular aus. Und wir melden uns innerhalb weniger Stunden bei Ihnen.